ja leute wir kommen zurück zu plans vs zombies heute wieder mal mit dem shredmake dabei sag mal hallo und ja mal wieder gartenkommandozeit ja und wir spielen heute mal die map zombies anwesend weil wir die ja noch nicht gezeigt haben also zusammen zumindest ich weiß nicht ob du schon eins hochgeladen hast also ich hab noch kein video dazu nö ich noch nicht ich mach ja eh meistens äh gärten und friedhöfe ja genau dann passt es auch wenn wir dann immer mal äh gartenkommando spielen ja so da kommen sie von vorne ich seh es ich will hin ich bin übrigens wieder plasma erbster ich weiß nicht warum keine ahnung hab mich jetzt einfach so genommen hat es mal wieder lust drauf na ja ja so selten ganz doll selten ich werde jetzt schon so klein so müssen gebraucht es geht ja mal ab ja ich bin aber wieder als feuer abs unterwegs jetzt schon das video von gemacht aber jetzt gibt es mal gartenkommando mit der tonne hinterher gejoint so jetzt gibt es mal eine bohne und ein paar kills ui hast du das gesehen ja hab ich es gesehen kommt gerade von der seite nicht schlecht ich habe meine ja schon eingesetzt sonnenblumen hat auch auch na gut doch nichts also es wird die richtig weg haben so erste runde vorbei runde gott welle Welle runde ist alles dasselbe Skelettkette Wenn wir kommen wollen wir jetzt wieder von dort drinnen ok Jop Oh jetzt hat es wieder von selbst aus gelöst die wasser Der hat den Schuss Hier bitte Einmalhin die die äh Powerblume halten wenigstens gut Ah Gott Ich hab gleich ne Bohne ready Ich hab meine gerade verbraucht für 3 Zombies oder so Heile mich mal Mit deinem Regenbogenstrahl oder halt nicht Regenbogen Nee die hat nur die normalen glaube ich Oh ja ich sehs gerade heile mich Sie ist keine wirkliche Sonnenblume sie hat nur den normalen strahl Ja Ah hier Champion Links an der Seite Oh ja Mich gehts gerade so ein Heldlos ich bin ja ich sterbe wieder Ich hab wir wieder als erstes gestoben Wie viel machst du das eigentlich jedes Mal Keine Ahnung Keine Ahnung Oh jetzt wurde die Sonnenblume weg mir angefressen Feuer Ihr machst denn des Wortes Feuer Mach doch den mal kalt Mach doch den mal kalt hier drüben Ja genau Saftklöck dir Ja hey ich bin dabei Ich musste erst 28 Zombies vorher erledigen ja Bevor ich dann den erledigen konnte Ich hab 10 und 1 tot geiles aim Ja macht ja nix hauptsache wir kommen hier voran So Mein Mauszeiger war übrigens wieder weg So was ist das wieder Keine Ahnung wieder was neues Verbrech alle Vasen Kenn ich auch noch nicht Juhu Vandalismus Ja bitte Zombies Erbsen Ja da nicht schneller Die war gut Erbsen Wo hab ich die halt weggehauen Geil Hab gar nicht hingeguckt Nein unsere Blume Ist auch ne Vasen Hier Hier direkt neben uns Da kommen Münzen raus Da kommen Münzen raus Geil Was da hinten mal ne Bohne rein Das sind 3 Vasen Und da kommt immer ne Münze raus Ja und Zombies noch dazu Ja Hab ich grad gespürt Ich bin nicht wieder fast geschworen Warte Münzen? Ja da liegen Münzen Hast du gesehen? Oh cool das gibt 10 Zehn Punkte scheinbar Cool Ja ich hab auch einige eingesammelt Das fetzt eigentlich Was ist dort hinten Teleporter Spare Heilung Oh ich hab mich ja noch gar nicht dritt oder ein bisschen reingetan Mäge ich gerade Muss ich mir auch mal Zeit vornehmen Ja 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 ich hab auch so viele neue Alters Die müssen sich ja mal wieder aus äh Ausstaffieren Äh ausstaffieren Ausrüsten Ich muss auch Fähigkeiten rein tun Beispiel so Plasma hab's noch gar nicht getan Vergesse ich irgendwie oft So von rechts kommen sie So von rechts kommen sie sich schon direkt ein Champion Da Zwei Stück Zwei Champions Schade dass die nicht wie die kleinen Zombies Direkt rein rennen In die Erbsen Ja die sind halt Die sind halt nicht so doof ne Jetzt sind wieder die Opas hier Mit ihren Dings Zäunen Zäunen Ich finde wenn die die Zeitung nicht mehr in der Hand haben Sehen die aus wie Hitler Tut mal leid aber Ohne Zeitung Hitler ey Ne ey mach sorry Guck dir die doch mal an Wenn die mal keine Zeitung in der Hand haben Wie die aussehen Hitler Zombies Oh Da muss ich mir mal was wegen Fundmail belegen Ja Ja Ich bin wieder am sterben Drum heilen nehme ich nichts Ja Weil sie gestorben ist Oh ne Ich belebst immer wieder Oh nein Oh nein Geh weg von mir Will ich sterben Oh guck mal alle Wie sie alle Wie sie alle sterben Ja Die einzige wahre Die einzig wahre Pflanze die überlebt Ich sieht mal in deinem Leben Ja Ich lebe wenigstens noch ne Bin ich schon gestorben Nein Ich mache mich nicht wohnen Als ob eine andere Atemmusmaschine lebe es noch Hehehehe Wo ist der letzte Zombie versteckt das nicht Irgendwo wird der wohl sein Nee tot das kaputt damit hat kürillia trieb kürillia krieg betrieben so ich mach jetzt mal hier ne heilblume hin damit ich mich ein bisschen hoher heilen kann komm hier hin hier gibts heilung ja heil mich aaa oh schon soweit sind wir schon ja ist die 5. welle ne vielleicht gibts wieder so ne coole boss welle nö schade das wusst du und wer kommt noch der dicke der dicke ja ich wusste es mit der bombe genau ist der mit der bombe oder da mit dem elektriker oder elektriker ne der mit dem äh mit dem sound da ja der mit elektrozeugstern genau richtig bombe pass auf ja ich hab's doch gemerkt das ist nicht so gut oder voll rein zu sein sonnenblumen ein sterb nicht oh Achtung von rechts da kommt er ja warte ich das war eine Bode ins Gesicht so ich will die Sonnenblume holen aber ich treffe doch nix ja ich bin am Arsch 15 HP ja das ist mein Ende mir ist noch ein Sonnenblume aber ich kann drauf holzen komm her dinker komm her dinker ich glaub noch toll auf dein Schuss 70 Schaden ich finde mit einzelnen Schüssen bin ich besser dran als wenn ich mal auflade schon wieder ins Sonnenblume da ja es ist wirklich so bist du besser dran Mg in sein Gesicht alter guckt auf mich der haut mich jetzt down ah nein 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 Discos du schießt jetzt auf mich ach ich bin am Arsch ja one hit hat er mir gegeben shit fuck it ich liege da in der Ecke kann mich wieder jemand wiederholen oder muss ich einsetzen äh weiß ich nicht die Sonnenblume ist glaub ich auf dem Weg zu dir gerade ja hab's gemerkt hä ne ich enger fest lol ich häng an dem Baum drin fest auch nicht schlecht ne also ich komm noch nicht mal raus ich komm noch nicht mal raus ich kann auch noch eine Pfanne hinsetzen ich sehs ich kann auch noch eine Pfanne hinsetzen ich kann auch noch eine Pfanne hinsetzen ich kann auch noch eine Pfanne hinsetzen und ich häng nur fest ey ja dein Mikro geht gerade wieder ab hehehe das ist noch besser ah da wird er die Sonnenblume immer wieder retten mal wieder hm und was macht er auch mit Ritme der steht im Baum drin oh nein ich häng jetzt fest ja es ist nicht so schlimm wir überleben das schon für dich hehehe oh ne na böse Baum das ist natürlich schlecht ne ich brauche das mit meinem Mikro gerade wieder heftig obo na es geht es geht ja ähm falls jemand das Video ansieht der weiß an was das liegen kann bitte sagt es mir ich hab keinen Plan an was das liegen kann das ist auch in meinen Singleplayer Aufnahmen irgendwie nicht so bloß wenn ich mit Leuten aufnehmen das ist ziemlich schlecht ich weiß bloß dass mich alle beschützen während ich hier drinnen hehehe das ist schon lustig muss man zugeben das ist schon irgendwie lustig und ich seh bloß wie ich hier rumback ey ich konnte in den Mg-Modus wechseln hehehe kannst du nicht rausspringen? geht auch nicht ne? ne ich häng ja komplett drinnen ach komm ich führ mal so einen Wissenschaftler zu dir der soll dich kaputt schießen ja bitte als hat er mich kaputt geschossen geht's äh ich schieß grad hier hin ach komm ich bleb mich einfach mal wieder BAM 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 oh man ey was mach ich jetzt für die Töne für mich ich würde ja sagen am besten gehst du raus aber dann wendet das Spiel sich automatisch weil du der Host bist ähm scheiße denkfass hey helf mir los komm da der siehst du den ja warte ich komm ich hau ne Bohne raus also leute ich werde das vielleicht rausschneiden du hast einen erwischt sehr gut geil nehm sie das aus von außen also ich 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 könnte mir jetzt vorstellen dass die Leute sich eher mein Video jetzt deswegen angucken würden na gut ok ich will jetzt hier nichts äh sagen ich will raus wieso du bist doch da ganz gut du bist ja du bist ja der Unsterbliche dir kann nichts passieren ja ey das muss man mal EA sagen da habt ihr nen Bug ja ne wirklich mal schafft man ein Zombierherter mich umbringt du musst einfach nur auf einen schießen der an dir vorbeiläuft jetzt gleich ja ihr läuft ja keiner rein der töntet die alle ich geh jetzt extra da kommt jetzt gleich so ein Eimer-Zombie der müsste gleich hinter dir auftauchen also das werden sich die anderen Spieler denken jetzt mal ernsthaft ich häng hier drinnen und spiel trotzdem weiter ja passiert halt ne ja jeden jeden passiert das aber ich kann auch nicht mal mit diesem Hyper-Ding raus ich häng hier einfach fest ohne ohne mir kommt kein Zombie der mich töten will hier sagt haben alle keine Lust da ja sie töten mich her bringt mich um bringt mich um bitte wir dürfen da nicht holen ich muss die Runde dann kurz aussetzen sag das nicht mir sag das jetzt der Sonnenblume die die holen will ich schneide es einfach raus wenn die mich wiederbelebt wenn die es dämlich ist mich wieder zu holen weil ich mach das ja vielleicht bleibst du dich ja wieder und du kommst da raus endlich ne die macht das gerade glaube ich bitte töte die Sonnenblume bitte ja ist doch gut du bist tot passt doch yay ich hab's geschafft gleich Outlaw zu sehen so jetzt war's mit der Welle jetzt bist du ja wieder da oder? ja süße geht doch mein Gott ja Leute da bin ich wieder äh was mein Gefängnis befreit durch einen Trick ich werde das ganze einfach rausschneiden oder das meiste davon rausschneiden aber jetzt kannst du nochmal weiter gehen ach wieso war doch ganz lustig im mein Video im mein Video wird's die ganze Länge über drin bleiben ich sag's doch bei mir sieht das aus als wenn da Epileptiker zu gucken ich glaub die kriegen dann einen Anfall das sieht auch nicht sieht merkwürdig aus aaaaaaah aufpassen Neosbiologen sind böse ja das ist ein bisschen generell böse ich hab 25 HP ich hab keinen Bock mehr ich will weg heil mich du Beide Neosbiologe auf Wiedersehen Sonnenblume bitte bitte oh danke ja Aufladen Boah wieso wieso alle kommen Chemiker normaler Wissenschaftler Doktor Gefliege der ganze Shit hier richtige Wissenschaftlerwelle naja warte ich hab wieder plus 40 HP weil die alle auf mich ich stehe dort und da schießen 6 Wissenschaftler auf mich ein jetzt mal ernsthaft ich stehe immer am besten auf stehe ich immer ja danke Sonnenblume Bambus hab ich jetzt einen Mörser ja ich hab einen Mörser unter das Dach gesetzt das war natürlich wieder episch ne das war ich ne ich hab hier noch einen hingesetzt das ist jetzt auch noch Dach Bambus wohne ja gut egal er besteht auf jeden Fall neunte Welle so gehts Bambambus nehmt eine Bohne oh kack oh ja geil sind reingelaufen zwei Helden oh 25 HP ich seh nix mehr du bist so offensiv ich werd ein bisschen äh weiter zurück gehen wenn ich du wär ja ja ich ja wenn ich wenn du nicht wärst ja ne ich mein nur ich würd ein bisschen weiter zurück bleiben das ist sehr oft sehr offensiv ja ich will den Zuschauern noch Action zeigen hier Action im Sinne von sterben ja ja genau ah das ist ein plumpsklo hau da dich fuck 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 ich bin nicht tot von allen Seiten von allen Seiten 15 HP nein ich hätte ich hätte eine Bombe setzen können ich hätte eine Bombe setzen können die hättest alle weggefäßt alle du hättest zu vieles setzen können hihihi 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 okay Leute wir sehen jetzt Outlaw zu was der so macht ja ich versuche erstmal hier Lebensretter zu spielen indem ich die Sonnenblume wiederhole ich hab's geschafft aber das meint du hast die Prismen äh die Prismen äh Frille hab ich auch grad drauf das sind so kurz mal aufsicht also da 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 äh äh Anzug Gentleman ist gestorben aha das suit Gentleman so sterbt alle sterbt alle jetzt haut Outlaw den Garten weg ja schießen ins schießen in die Augen klar muss der ja alle tot alle tot sehr gut ich kann hier spielen wie ich mich freuen ja letzte Welle ob ich da nochmal sterben werde wir werden sehen ach die Chancen die Chancen stehen gut haha kann durchaus passieren ja ja beim Bossfight ne vor allem jetzt kommt euch drauf an welcher es ist ne oh bitte wieder was geiles jetzt dreimal der Baron pass auf dreimal der Baron das wärs wieder auch nicht schon wieder ja bitte dreimal Jedi bitte dreimal nein das wird schon nix jetzt noch der Baron Baron ne Geld juhu oder er sagt nichts ja gut 1000 Gold Gold Geld Münzen euch oh hier ist er unser Freund Bohnen vor euch ah fuck da ist ja Blitz Heini ja willst du aufpassen pass auf ich bin gleich tot ja ich bin gleich tot wenn er mich einmal tackled ist vorbei au 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 ja es ist vorbei es ist definitiv vorbei shit 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 verdammt nochmal oh 1 HP verdammt nochmal super ja komm wiederbeleben mega was solls ah oh da ist die Aftung schieße ich jetzt 3 Tickets haben wir auf jeden Fall gehabt ich hab noch eins ja britzelt er mich wieder weg aber natürlich geht er wieder blöds auf mich bin er dabei oh nein unser Heiler ist vorbei aber wer schießt denn da auf mich unser Heiler ist vorbei ne er hat sich wieder geholt rüssel zu rüssel ah danke no room more so in etwa komm Bohnen trifft die trifft die trifft die trifft die ne trifft nicht shit aber wieso renne ich denn wieder in die Reine ich wollt grad sagen was machst du eigentlich da rennt er dem entgegen wie bin ich denn des Wahnsinns weiß es auch nicht ich hab unser 5 1 jetzt zieht er schon wieder auf mich ja bleib da bleib da bleib da der ist gleich tot der ist gleich tot er ist tot oh danke ey danke er hat grad extrem groß so jetzt gibt es erstmal mg action wieder oh wicht wicht wenn der mich trifft bin ich weg ah nein der Yeti 5 HP du bist ja schon wieder tot bestes gameplay ich renne da einfach immer 2-3 das muss ich mir echt mal angewöhnen hinten bleiben ohne ach nein lauf doch nicht weg ja äh ne ich renne jetzt erstmal weg ey hol erstmal die die Blume hier wieder die Sonnenblume ich kann auch den hier wiederholen jo ich bin tot nein ich bin outlaw wieder outlaw ja ich lieg direkt neben dem Yeti ich würds nicht ich würds nicht machen ah fuck ich hab's verkackt nein los überlebe wenn du jetzt stirbst wenn du jetzt stirbst nimm nicht das Ticket nimm nicht das Ticket wenn du jetzt sterben solltest ich hab keine mehr ich hab keine Tickets mehr ja da sehen wir mal die Sicht vom Strapmake ne aber ganz anders ne so dann äh ja hau mal rein hier ne geteckelt hau mal rein geh mal sterben 7 HP ich sehne nach ich weiß nicht ob ihr es hitt jo tschüss tschüss egal neuer Versuch diesmal schaffen wir's siehste sind wir halt auch mal gestorben in dem Gameplay hier so ich mach jetzt hier mal ne Heilblume hin weil da hinten ja auch schon eine ist seh ich grade öh toll so ja geht jetzt los so jetzt aber versucht zwei Bohnen für euch Jungs guten Appetit O3 weggeholt sehr schön komm hier der Allstar ah weg ist er Sack Zombie wie Alex ist tot oder Allmax ich bin jetzt eigentlich alleine hallo ist noch da auf einmal ist er so still ah nein das ist noch da gut ah verdammter Sack Zombie ja hier bin ich wieder äh ich seh es gerade da macht es unter nö nö passt schon ich glaub einfach rückwärts ja unser Highlight ist verreckt ne wir haben keine Heilblume mehr Geil läuft der alles mit das noch läuft der echt gut also jetzt der Mikro ging ging gerade wieder ab was ist da los bitte schreibt es mir in den Kommentar aber bitte oh der Dicke ist da hinten Achtung oh alles auf einmal noch schafft war komm ja ja Achtung Achtung er zielt auf mich er zielt auf mich oder er zielt auf dich immer auf mich das auf mich abgesehen er diskriminiert mich so jetzt schön auf die Sonnenblume achten hier halt dich mal hoch hier mit der Blume hier links hier links hier hier hinter dir uuuauaa ich siehs nicht hier wo ich bin hier ah siehs halt dich mal hoch da links ist der Yeti gut ich renne wieder mit rein oh die hat getroffen nice die hat getroffen oh die Topfpflanze oh shit oh Wissenschaftler ja aufpassen noch so ein Clou Mensch Mensch Clouzombie oh verrecke verdammt nochmal Clouzombie ins Gesicht so der ist kaputt wer macht das Schade auf unseren Garten geist Wissenschaftler neben mir ich bin eingezwängt da haut mich weg oh weglaufen hey Blume ist im Arsch ich hab 15 was soll ich machen das Clouzombie weghauen endlich mal oh genau ich bin auf den Yeti drauf gesprungen ich bin wirklich auf den drauf gesprungen uiuiui so jetzt erstmal aus dem Kampf bleiben hier damit ich jetzt mal ein bisschen Leben recken kann ich bin tot mal wieder das ist schlecht das ist sehr schlecht ich hab keine Selbstwiederbelebung mehr also aber ist bald geschafft die Runde deswegen lasst mich ruhig sterben ok doch lass mich nicht sterben ist da wo liegt der Kerl da kann ich jetzt nicht hin ey lass 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 ich bin weg lauf lieber weg und regenerier dich ein bisschen ja geil ne ich brauch halt mal ne Heilsumme aber die ist halt nicht hier ja regenerier dich einfach einfach aus dem Kampf bleiben boah meine Fresse der ist so schnell ich versteck mich noch da hinten und guck da um die Ecke hau den weg also trifft nicht auf mich ich geh auf den ne geht nicht geh auf äh den Yeti jetzt schauen wir alle zu wie Outler das meistert ja ich versuche es ich versuche es ich versuche es wäre schön ist hier irgendwo noch ein leerer Topf ne alles kaputt alles kaputt ja das muss erst respawn ja shit 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 jetzt fritt der mich schon noch ein ich glaub jetzt das war es ja weg ne 18 leben ach noch lebe ich spannend lauf weg oh verdammt sprint sprint 1hp boah 1hp scheiße verdammt nochmal wenn das ist noch einmal trifft das aus oh jetzt recke ich wenigstens wieder huiuiuiuiuiuiui spannung erst mal wieder vollrecken hier warte warte erst mal wieder vollrecken ich bin mal wieder moralische Unterstützung spannung ich würde nicht gerne wissen wie viel Leben der noch hat ah der hat nicht mehr so viel mein Gesicht in die Fresse drecksack hat mich erwischt ne doch nicht 99 kills ist bei deinen hundertsten wenn 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 ich denk mal hoffen wir schon ohne es läuft natürlich weg oder ne die trifft die trifft yeah baby getroffen geil habts alle gesehen aber zwar hat uns alle gerettet und jetzt müssen wir noch in die Landezone schafft's sieh mal meinen leckern Snacks er kommt in einer Minute okay Davy Dave geht klar so wirst die Landzone ich möchte nach Hause und müssen wir da ah da hinten hin ok einfach durchspreiden lass auf die Zombies irgendwie boah wir sind schon bei 25 Minuten ne schon wieder ja ja naja geht ja ey werd ich gleich wieder übelst gehittet hier du bist zu schnell du bist zu schnell du musst bei der Gruppe bleiben bist zu schnell vorne dreh dich um und geh auf mich genau geh immer auf mich um den auf mich ja ich weg mich holst du den Kameraden ja ich hol den gerade wenn ich hier am Leben bleibe ja ich geh drauf oh fuck 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 11hp ohne für euch wenn hat sie was weg geholt hier oh heilblume gesetzt oh yeah heil ei bist du tot ne ich stelle mich jetzt hier in einem gmg hin und harte auf den fußballdaten der hier kommt ah fuck ja wer schießt auf mich ja die fußballdaten wahrscheinlich nein 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 hilfe 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 ich hab den Kopfstein weggehauen Leben 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 aaaaaaah das war schwierig ordentlich und das ist der Sonntum mit dauernd geil das sind Tarn 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 Heini wieso läuft da hin da ist die falsche Richtung Bönchen für das Glühchen jedes Bönchen ein Hönchen äh ein Bönchen für das Glühchen was da hochkommt ah fuck 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 ich bin eingefroren ah da kommt der er kommt der kommt der kommt auf jeden Fall Debbie Dave kommt die das Klo krieg ich noch ich will den Grafstein noch ah ne krieg ich nicht mehr shit aber er ist geschafft nein hä du hast deinen Flug verpasst es geht du was warst du nicht im Bereich drinnen ich war im Mg Modus oh ne ah je schlecht so viel Glück wie ich kann ich keine haben bei solchen Runden das ist ne echt hit ja 113 Kills nicht schlecht auf jeden Fall boah ja dann war's das wieder würde ich sagen für heute ne jo ähm bis zum nächsten Mal tschüss ja tschüss das ist wir w